Jeter hat ein Recht auf Deltverdive, schütze dich, kauf dir eine Waffe! Der Tunnel wurde kälter. Miller und ich waren nun knapp unter der Oberfläche. Schon bald würden wir in den heulenden Wind klettern, um uns einen Weg durch die Albträume zu kämpfen, die uns dort erwarten. Meine lange Reise näherte sich dem Ende, aber hatte ich die Courage, den Willen alles durchzustehen. Hey, Artyom, als du deine Heimatstation verlassen hast, hast du da jemals gedacht, dass wir an einem solchen Ort landen würden, nicht wissend, ob wir dabei sind, unsere Welt zu retten oder sie direkt in die Hölle zu schicken? Habt sie! Wir müssen durch den Außenposten, um die Oberfläche zu erreichen. Psch, 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 irgendwas bewegt sich im nächsten Raum. Öffne das Tor, ich decke dich. Die Scheiße geht hier ständig kaputt. Öffne das Tor mit dem manuellen Upsystem. Artyom, schau in diesen Kiste nach oben und Medipex. Bereit, Artyom, mir nach. Okay, auf nach oben. Anscheinend kein Erd zu Hause. Bevor wir an die Oberfläche gehen, musst du die Gasmaske anlegen. Ohne sie bist du wie ein Fisch auf dem Toracken. Wir sind fast da. Dies ist das Korolev Theater. Es ist ganz nah am Tor. Es ist ganz nah am Tor. Waffe. Da kommen sie! Das war's. Ich glaube, das war's. Versuchen wir es mal mit Sie! Artyom! Lass uns gemeinsam ziehen! Bereit! Und! Raus hier! Und hier ist es, Artyom! Unser Ziel! Kommen! Ulman, bitte kommen! Ende! Ich höre Sie laut und deutlich! Ende! Wir sind am Turm! Ich wiederhole! Wir sind am Turm! Ist die Gruppe ausgerückt? Ende! Ende! Bestätigt! Wir haben Kontakt! Sie sollten jetzt in der Nähe des Turms sein! Ende! Ende! Ich bin froh, Sie zu sehen, Oberst. Haben Sie das gehört? Hören Sie! Was zum Teufel ist das? Bildet einen Kreis! Ruhig bleiben! Achtet auf eure Gehrseite, Jungs! Ja, anscheinend sind es härter als in der Bibliothek. Scheiße! Feuer frei! Stehlohn halten! Arf! Untertitelung des ZDF für funk, 2017